Hallo zusammen, hier ist wieder heute, Schöner, und heute wieder für euch in Battlefesten unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Kisten-Opening zusammen machen. Und zwar war ich letzte Woche immer wieder fleißig. Ich war wieder im Mythic Plus unterwegs und wir haben einen tiefen Früh-17er durchgespielt. An den kann ich mich noch so vage erinnern. War ein sehr gemischter Run, wir haben es aber noch intern geschafft. Ich kann mich an ein paar DDs zurückerinnern, die sich von Tentakeln weg klatschen lassen haben. Also naja, aber hat trotzdem geklappt und ich hoffe, dass wir jetzt ein Motorrad rausbekommen. Ich habe auf Wildheit gestellt, bin auch im Wildheit-Spec und ihr wisst, ich brauche hier mein Motorrad noch in 4,75 und... Nein, was ist denn das, bitteschön? Oh, ich habe ein... Warte mal, ist das eine Taille, ne? Mastery Tempo mit Versa-Proc. Ja gut, die kann ich nicht brauchen. Ich habe eine Versa-Tempo, die ist halt wesentlich besser. Ja, also das ist leider eine Nullnummer, das Item. Schade, schade, wir haben wieder ein bisschen Titan-Residium. Auch das brauche ich eigentlich im Moment nicht wirklich. Ja, vielleicht nächste Woche. Vielleicht kriege ich ja dann endlich mal mein Motorrad. Da bin ich jetzt schon echt eine Weile dran und es will einfach nicht kommen, ne? Naja, das war es wieder mit dem kleinen Opening. Mehr haben wir tatsächlich nicht. Ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne rein, was ihr so gekriegt habt. Vielleicht habt ihr mehr Glück. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.